Hallo Freunde! Und hier kommen ernüchternde Worte von Jesus. Gott sei Dank hat er uns so oft gesagt, wie sehr er uns liebt, wie innig wir mit ihm sind und dass alles okay ist. Und jetzt gibt er uns eine Erinnerung. Schau dir das an. Denk daran, sagt Jesus. Denk nur daran, wenn die ungläubige Welt euch hasst, hat sie mich zuerst gehasst. Ich habe nie verstanden, wie Christen, die wirklich in den Fussstapfen Jesu leben, sich Gedanken darüber machen können, was die Welt über sie denkt. Wir gehören nicht zum System dieser Welt. Jesus sagt, sie haben mich gehasst, da werden sie euch natürlich auch hassen. Ich verstehe, dass wir alles uns Mögliche tun, um die Menschen mit der Liebe Gottes und dem Evangelium zu erreichen. Aber wir sollen nicht politisch korrekt sein, nur um nicht gehasst zu werden. Denn Jesus war nie politisch korrekt und er wurde auch abgelehnt und gehasst. Doch schau, was interessant ist. Es heißt nicht, wenn die Welt euch hasst, sondern wenn die ungläubige Welt euch hasst. Denn es gibt viele Menschen auf dieser Welt, die in der Tat ein Herz und ein Verlangen nach Gott haben. Sie haben ihn nur noch nicht gefunden, weil wir ihn nicht gut repräsentieren oder nicht über ihn sprechen. Doch es gibt eine ungläubige Welt, die es ablehnt, Christus anzunehmen. Und wir dürfen nicht versuchen, dafür zu sorgen, dass sie uns lieben. Also wenn du abgelehnt wirst, dann denk daran, dass Jesus auch abgelehnt wurde. Dann heißt es, wenn ihr der Welt gegenüber treu und loyal wärt, würden sie euch lieben und als einen der ihren Willkommenheit. Das ist eine starke Aussage. Es bedeutet, dass wir wählen können, ob wir von der Welt geliebt oder abgelehnt werden. Sie werden uns als ihresgleichen willkommen heissen, wenn wir ihnen unsere Loyalität geben. Doch unsere Loyalität gehört Jesus. Deshalb müssen Menschen, die gegen Jesus sind, natürlich auch gegen uns sein. Sie können uns nicht als einen von ihnen willkommen heissen, denn das sind wir nicht. Jesus sagt weiter, aber weil ihr euch nicht den Werten dieser Welt angleicht, werden sie euch hassen. Seit vielen Monaten denke ich bereits darüber nach, dass alles, was Christen tun, im Grunde genommen vom System dieser Welt geprägt wurde. In Amerika wurden Marktforschungen durchgeführt, weil dort schätzungsweise 40% evangelikale Christen sein sollen. Das ist ein riesiger Markt. Das sind über 100 Millionen Menschen. Denk darüber nach. Es wurde also viel Geld dafür ausgegeben, um herauszufinden, was Christen motiviert. Wie können wir sie erreichen und ihnen unsere Produkte verkaufen? Und weißt du, was das Schockierende war? Das Schockierende war, dass sie herausgefunden haben, dass die Werte der Christen genau die gleichen waren, wie die der Nicht-Christen. Denk darüber nach. Jesus machte jedoch sehr, sehr klar. Dass unsere Werte nicht die Werte der Welt sein können. Gleiche dich nicht den Werten dieser Welt an. Darüber denke ich nun schon so viele Monate nach. Wie wir über Bildung denken, über Familie, über Finanzen, über die Zukunft. Da haben wir unser Denken aus einem System namens Welt. Das dürfen wir nicht tun. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass unser Wertesystem ein anderes ist. Jesus sagte, ich habe euch ausgewählt und aus dieser Welt genommen, damit ihr mir gehört. Das griechische Wort für Gemeinde, Ekklesia, bedeutet herausgerufen. Also bitte Leute, erlaube dem Heiligen Geist, dein Herz zu durchforschen und dir zu zeigen, wie dein Wertesystem aussieht. Bist du von den gleichen Dingen gestresst wie die Welt? Pass auf. Hör nicht so viel den Nachrichten zu, sondern mehr dem Himmel. Denn wir haben ein anderes Wertesystem und dürfen uns niemals dem Wertesystem dieser Welt anpassen. Es muss eine wahre, radikale Gemeinde Jesu aufstehen, die versteht, ich bin von einem anderen System und nicht dem der Welt. Deshalb werde ich vom irdischen System gehasst werden. Weisst du, was mich sehr traurig macht? Wenn viele Christen von dieser Welt gehasst werden, weil sie religiös sind und nicht, weil sie nicht zu diesem System gehören. Da gibt es einen sehr, sehr grossen Unterschied. Wirklich hungrige Menschen werden diejenigen lieben, die die Liebe Jesu verbreiten. Das müssen wir verstehen. Doch die, die sich nicht der Königsherrschaft Jesu beugen wollen und kein Verlangen nach Gott haben, werden uns nicht lieben, wenn wir ihre Werte nicht akzeptieren. Wir gehören zu ihm. Also können wir uns nicht verhalten, als wären wir Teil dieser Welt. Das können wir nicht machen. Also mach dir keine Gedanken, wenn die Welt dich hasst. Freue dich, denn das haben sie auch mit Jesus gemacht. Bis morgen. Freue dich, denn das haben sie auch mit Jesus gemacht.